Ich verstehe das immer nicht, wie man so kaltblütig sein kann und dann einfach unschuldiger. Aber naja. So, ich ziehe mich mal ein Stück zurück. So, dann warten wir so ein bisschen und hoffen natürlich das Beste. Na ja, such du Mann. Du wirst mich nicht finden. Jetzt werden sie trotzdem. Sie werden uns finden. Wir können machen, was wir wollen. Die werden uns immer finden. Das ist das Problem dabei. Anführer ausschalten. Naja, wir sehen schon, der hat wieder Panzerungswerte. Ich warte mal, bis unser Radar fertig ist. Weil klar, wir haben jetzt mordsmäßig viel Schaden, aber gleichzeitig sind die Gegner ja auch wieder dann angepasst. Also man hat nie wirklich das Gefühl, dass man so ein Vorteil ist. Mach sie kalt, los, mach sie kalt, los, mach sie kalt. So. Gucken. Das Magazin wirkt irgendwie so ein bisschen klein, oder? So, kurz rüberwerfen. Kann er sich denn um den kümmern? Fick dich! Hahaha. Na, wollte da einer aufmüpfig werden. Du kannst nicht mal kämpfen! 36 Schuss, das ist echt nicht viel, ne? Ne, nicht wirklich. Schnell nachladen, da kommt irgendjemand. Ich glaube, das ist der Anführer. So, dann versuchen wir das nochmal. Ah, ein paar Zivilisten. Ihr seid ja lebensmüde, ey. Einfach hier so rumzuflitzen. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ja, muss man wirklich sagen. So, guck mal mal, dass wir das jetzt schaffen. Eben war ich etwas abgelenkt. So. Was hat sie hier? Geh bloß weg, ey. Jetzt müssen die eigentlich bald ankommen, oder? Darum ist denn da nichts passiert? Komisch. Ist das so? Soundproblem, okay. Sehr geil. Oh, ich mach' die, ich mach' sowas von glatt machen. So. Oh. Du musst doch relativ leicht nachladen, oder? Komm schon, lad, nach. Ich mach' dich klar. Da ist er platt. Ah, sehr schön. So, jetzt kommen die JTF an. Und diesen kann hinter ist mir hier die letzten Typen. Die kriegen sie dann auch alleine hin. Das ist ja ganz lustig, ne? Gucken. Gucken. So. Dann haben wir das ja alles freigeschaltet. Und das Besonderes hat er noch nicht mehr gegeben. So doof, ne? Hätte ruhig mal irgendwas droppen können, was schön ist. Naja, dafür machen das seine Untergebenen an der Stelle. Doof. So ganz klein wenig enttäuschen vielleicht. Was ist hier los? Sind wo noch welche? Aha. Okay. Dann nehmen wir die nur mit. Warum ist der Sound heute richtig komisch? Ja, ne? So ein bisschen seltsam, der Sound. Ah, komisch. Ist das so? Ich würde sagen, du bist eher kalt gemacht. Hm. Noch mehr. Alles okay? Ich habe gerade den Arsch gerettet. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Gut. Jetzt haben wir einen relativ langen Marsch vor uns. Wir werden das auch machen. Wir werden da hinlaufen. Es sei denn, er bekommt wieder irgendwelche Probleme und schmeißt uns raus. Ähm, in der Hoffnung, dass wir vielleicht hier und da mal einen Gegner treffen und den kurz mal platt machen können oder irgendwas noch finden und ein Sammlerobjekt, was auf dem Weg liegt halt mit, ne? Und dann da hinlatschen. Also von, ich sag mal, von der Aufmachung her immer noch ganz cool. Wenn es auch diese Logikfehler hat und Gameplay-Schwächen. Dann, aber ansonsten dann echt schon ganz angenehm. Welche sind das? Jetzt hat er es echt, praktisch, wir standen erst wirklich unmittelbar vor den Gegnern. Da hat er es dann erst geladen gehabt. Ähm, das bin, ich bin der Meinung, das war vorher nicht so, dass es diese Probleme da gab. Was ist denn hier los? Verdammt. Was ist hier? Was ist das? Krass, ey. Oh, vielleicht keine gute Idee, um den Kampf zu rennen. Verdammt. Ach, ne, das war nicht gut. Ähm, 63 Meter, das können wir machen. Mist, ey. Ja, ich hätte wirklich in Deckung bleiben sollen. Oder eher das Meatpack benutzen müssen, aber, naja. Wer soll's? Krieg ich mir nochmal neue Munition? Medium begeistert. Das ist, ist schon cool. Ja, sie macht ordentlich Schaden und alles. Rechte, recht präzise dafür. Aber, die Kapazität der Munition finde ich persönlich viel, viel zu gering. Wir haben alle noch offene Rechnungen. Ich mach' sowas von krass. So, mal gucken. Wie viel er einfach mal abkann. Das ist so abartig. So, er ist hier. Er ist auch weg. Ich glaub, jetzt gibt's nur noch ihn und mich. Schnell den Meatpack nehmen. Schnell nachsam, das kommt von. Und das kommt, ich krieg' noch ein Wasser weg. Sehr schön. Oh, da gab's sogar ein... Oh, was war das Schönes? Wunderbar. Ja, zu langsam kriegen wir auch mal coole Gegenstände. So. So. Tudum, tudum. Also, irgendwelche stärkeren Gegner sogar. Komm, wenn ich's gerade hier kann, dann ist den Gucken wir mal schnell nach. Wir haben ja irgendwelche Waffen gekriegt, aber, naja, ich werde garantiert keinen Sniper benutzen. Ähm, hier haben wir noch was bekommen. Brauchen wir nicht mal ansatzweise vergleichen. Äh, 23% Extra-Tötungs-EP. Haben wir jetzt auch schon. Ähm, allerdings muss ich sagen, klar, der Schaden geht ein bisschen... Ja, komm, wir nehmen's. Wir nehmen's. Hier kann ich sogar eine Mod anscheinend integrieren. Das ist ja cool. Dann nehm' ich was, wo der Schaden höher geht, um das auszugleichen. Genau. Sehr gut. Joa, dann ist der Schaden nicht ganz so dramatisch gesunken. Hier haben wir jetzt auch was, wo eine Mod geht. Ach, bei dem würde eine Mod gehen. Ist ja cool. Äh, dann nehmen wir das. Noch mehr Lebensenergie. Mhm. Puh, der wäre trotz Mod besser. Vergleichen. 18% Munition nur. Äh, der Schützlebensdauer interessiert mich eigentlich nicht. Nö. Interessiert mich nicht. Was heißt, warte mal. Ähm, ich werde das hier zerlegen. Genau. Und dann werde ich auch das hier zerlegen. Einfach, damit wir wieder ein bisschen basteln können. Weil wir haben ja sonst nix zum Basteln. Ne? Ja. So. Cool, ich hab gleich gesehen, dass wir schon Sachen haben, wo wir Mods dran packen können. Ach, hier auch sogar. Na, sieh eine an. Ähm, ja, nehmen wir halt die, was soll's. So, wunderbar. Dann fühle ich mich ja noch tötungsmaschinenmäßiger Elite-Soldat. Oh, da brauche ich eine Hilfe. Heh, halt. Untertitelung.